Ah, das leitet alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Ein 4 ist hier noch, Vorschlag, na gut, können wir ja unten nochmal rein, in die anderen, ja. Okay, komm, wir haben uns entspannt. Drohne. Drohne? Was macht er denn hier, Mann? Sie ist rumgeklettert hier. Wird das so mägbar aus? Dann hört er schon ins Verlangen. Ne, können auch nicht. Ne. Ne, wird Nico? Revive Pistole. Na ja, hab schon Zeit gewusst. Oh, ist noch ne Westen. Hat er schon? Da wird er schon. kommunikation ist jetzt das nächste als wir uns hier eingefügt haben zwitter platz, dritter platz so, ich glaube wir haben hier nicht genug geld feinde landen hä, die kommen mir hier reingerahnt keine ja fotze das schwere haben die her bitte einer hast hier gelandet mit pistole glaube ich und die anderen vom hügel runter gejumpt da krass war es gut ausgespielt ja, bisschen glück gehabt der hat schön auf die auf die fake figur eingeprügelt der typ war geil ich hab die ja noch geworfen im letzten moment da hat er da drauf eingeschlagen ja die haben mich nicht mehr finischt die zwartel ach so, deswegen kam es nochmal ich habe hier irgendwie noch schnell eine waffe geholt und habe dann zum druck noch ein bisschen mitfighten können wenn ich ihn da von draußen habe gesnapt ja, das ist scheiße, dass man David nicht hört aber hier, falls du uns hörst, David hört uns bestimmt wieder hier liegen noch Waffen naja, der, wie gesagt, hört ihr mich kann er uns vor nicht hören nachdem wir schon jetzt gesagt haben, dass wir ihn nicht hören ach so, nein, dann hört er uns auch nicht ja, haben die Geld eigentlich gehabt ja, die haben eigentlich Geld gehabt ja, die haben eigentlich Geld gehabt brauchst du noch was? ja, für eine Waffe nochmal ja, das geht ja also für 400 äh, kannst du mir geben ja, du hast auch noch eine Megapole inhaft äh, kann dir immer eine ganze Kohle geben oder David holt sich eine Waffe ja, David holt du dir mal eine Waffe weil ich hab eigentlich gar nicht die Waffen sind okay Drohne ich mach hier die Kohle bevor du wegdinkst der hat auch hier eine komplett aufgebaut der M13B, die ist zwar eine eigene Waffe hier ich hab eine RPK mit 5 Aufsätzen gefunden auch nicht verkehrt meine Waffen ich hab hier Fanzer rum Heli? ich hab hier Fanzer rum ähm ich verstehe nicht, warum der immer von der Map verschwindet dann auf einmal der Heli in der Minimap David, kriegst du dein Headset irgendwie gefixt? ach, das liegt bestimmt an dem Spiel Endkick Mama so, jetzt geht's wieder bin wir ja da, Leute ich hab hier gemuted aus Versehen ich war hier gemuted aus Versehen, Mensch das ist älter ja wieder David, wer ist dein Lieblings-Ausguck-Hörner? äh, James Harden und, äh, Russell Westbrook auf jeden Fall, ja ja, okay, das ist ja möglich haben wir doch schon immer gesagt, ey meine Güte, ey äh, David wurde grad abgeknallt hier der Eingedown Wer ist der Werbung? oder? wahn, wenn wohl nie den Oh-oh Eingedowned mit dem, äh, Frizi Alter, wess los ich bin wo? näher jetzt bin ich von Frizi war am Kassieren jetzt können sie Ich komm hier hoch, die Treppe hoch Der wird wie auch immer, Russell Westbrook Der wird es rausgehen, Ragequid wahrscheinlich Den hatte ich hier schon draußen geknistert Von der Scheiße, hier kannst du mal alles weg, den Wichser Haben sie gedacht, dass sie wieder runterkommen können Ja, da sind doch die Nageln, dann ist sie weg Wo ist der Rucksack von dem auch hier? Zack, V hat da drin Wenn du wirklich in so einem Haus bist, der hat ja nur eine Upsack-Gonne Bist du schon echt derge anlaufbar Ja, hier ist halt auch der Shop, ne Aber... Der hat seine Tag vor, ne Stimmt, hier ist der Shop Der hat seine goldene Tag hier, sehr schön Äh, RPK meine ich Der Floater Ja Ich komm hier bei uns Ich komm hier bei uns Mal ruhig Mal zuern Jaja, auf jeden Fall ist noch irgendwo eine MP eine Guter hier Ähm... Naja... Ich weiß auch der hat er keine da ist egal die kamera ist auch erst mal okay ich habe hier noch mal eine munitionskiste hingeworfen ohne mp holen ach du scheiße es ist aber kein team sehr vorsichtig er hat alle wiederholt er kennt mich jetzt hier das so der hat er mit einem aufsatz wo ist denn der shop da vorne ist so der platz der platz ist noch frei unten links also als wenn die wir noch mitspielen würde in der mitte ich sehe noch nicht aber das ist noch so als wenn zweiter spieler in der mitte wäre bei uns dachte ich ist ein anzeigefehler oder sowas machen wir mal der wird was geschrieben was sagt er das ja gehen was so ist natürlich scheiße kann er kein buschen dann lasst du mal die hütte wieder oben bauen das ist mit der anderen hütte vielleicht geht doch mal hier hoch die man die hütte hierin schusser nicht weit weg ich stelle wie führt schnell auswahl 221 teams normal oder das ist die zweite zu und kommt in rechts und zwei gewesen schlussplatten 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 ich geh mal nach hinten weg erstmal ein stück schlussplatten jetzt ist es sehr schön Da haben die schon gehört, dass wir abgucken, haben die ja selber scheinbar mit denen. Hat halt ohne, oder? Nun kann ruhig tot. Achja, da kommt man natürlich gleich rein. Shotgun. Shotgun, ja, und da braucht man immer fünf Schüsse, also ey, keiner ist linksrum, glaube ich. Keiner ist linksrum, ja. Hast du ihn getroffen? Ne. Da kommt einer. Rechts zur Seite war. Warum trifft meine Schüsse schon gar nicht? Bin? Der andere ist hinten links. Bist du tot? Null. Achso, okay. Schild weg. Kommt auf dich zu? Hat nur noch einen Schuss. Ja, aber sehr gut. Ja. Okay, wollen wir zum Block da machen? Ja. Hier vielleicht in die Hütte? All in. Äh, ich seh den Marker nicht. Ja, da hin, ja. Können wir mal. Der in der Mitte. Und dann in die Hütte rein, vielleicht. Lass ja. Ja. Ich muss die Hütte nicht langer fahren. No. Dann weiß ich den mit, eh. Ich hab jetzt keinen Geist mit. Ich hab keinen Geist mit. Ich hab keinen Geist in der Richtung. Und da ist normale Leute halt mit. Ah, ich nehm jetzt auch einfach das normale mit. Welche Hütte wollten wir hin? Ja. Hier hoch jetzt den Berg und dann sind wir noch in der Mitte. Ja. 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 Wir müssen jetzt, wir gehen hier nur in der Mitte. Dann sicher werden wir. Ja. 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 Nein, hol die mal schnell. Pass hier auf, falls er nicht allein bleibt. Hä? Wo ist diese Kiste denn? Auf dem Dach ist er auch nicht. Hä? Oh krass, man ist hier nicht bei uns. Hä? Ich geh jetzt nochmal umgucken. Bin ich blind? Oder vielleicht hab ich die auch übersehen? Ist ja noch ein Mensch. Was? Ist ja unten? Nein, halt. doch bin ich doch noch nicht erblendet das wird sicher ist hier noch ein Fenster zur anderen Seite? ja, das kann man nur ausgucken jetzt aber erst mal nur in die Richtung, wo die Seite liegt naja, das ist nicht schlecht so, das ist okay naja, machen wir eine Top-Templation ist schon wie ein Sieg 6 Kirchen, Alter, nicht schlecht ja, auf jeden Fall Drohne ich würde mich ja gerne hinter die Matratze so stellen und wenn ihr da rinkommt, die umwerfen und dann zack das wäre so geil 5 Feind Auto? Feind nähert sich Ah, die schöne Cloud, glaube ich, den Köhn naja, muss auch mal sein da haben wir gar nichts mehr getroffen Kohi, ich habe gar nichts mehr getroffen ach, der wollte noch schon zum Shop äh, zum Rob Freunde wollten aber bestimmt auch mal im Bau ja, wahrscheinlich vielleicht wollten die es sogar da treffen noch mal ein bisschen Glück haben ja, so läuft's Shop-Up-Camp Drop-Up-Camp ja, genau was ist denn das für ein Marker eigentlich da drüben ja, ich bin hier oben noch, ich warte hier auf dich kommst du hier gerade reingerutscht wie zum Club da? ne, ist ein Gegner, oder? ne, ne die Steps gehört das war ja ein, weil ich das zu laut ist man richtig laut, die Steps ja, die sind hier das ist ja gerade rechts irgendwo man kann auch von dem Dach hier reinkommen, ne Vorsicht, also nicht hier ey, holosch my friend holosch oh, da ist das feindlicher JLTV hier feindlicher JLTV hier sehr vorne sehr vorne geht's was? oh, da ist das also, da ist das Shipbreaker holosch ich höre die Steps schon relativ nah, oder? der schleicht sie an der ist auf dem Dach, oder? mach mal ein Trick ja, oben ist auf der Sache ja, oben ist auf der Sache was geht, was geht auf dem Dach, ja hat die Idee durch nix, hat nicht viel hat nicht viel ich glaube mal, ich habe euch gerade reden gehört ihr wart gerade jemand mit Dach gecallt das kann dem gut möglich ich gewesen sein dass ich bin gerade durch dabei schau, ich hatte ihm gute gegeben ja, ja, einer ist auf dem Dach hier richtig aber das kann nicht sein ach so, dann bist du das ok unser deutscher Freund ist auf dem Dach quasi ach so aber einer ist ne, ne, wir sind halt im Haus hier drinne also, offensichtlich aber die Etage werden wir natürlich nicht verraten man weiß ja nie ey, ich habe Stress, ich will euch nicht normal da kommt ein Auto schon wieder geh raus geh mal weiter, ne tschau, tschau Jungs, falls man sich immer sieht ey ey ja, tschau viel Spaß noch, viel Glück er ist weiter gezogen als Hausnehmer kann sein, er hat noch einen letzten Moment meint der noch ey 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 ja, das Auto ist angehalten auf der Brücke ne, jetzt fahren sie weiter ne, hier drin bleiben wir werden auch noch nicht da drin kommt halt wie immer da kommt das Auto wieder schön hinter der Tür weg snacken wenn der Klamour liegt da auch noch der wird schon beschossen, das Auto da unten ist er ja, schildes feindliche, verbesserte Drona was ist das das hier in der Runds liegt uns halt jetzt hinter der Tür ist mir egal ja, mach mal bitte nicht, dass die uns noch überraschen der mit dem Auto nervt der da ey ich habe aber auch nicht mehr von den vier Munitionen sehe ich gerade ich kann gar nicht so drauf gehen jetzt Drona geht bei mir sind die dumm? genau Auto wieder? wir fährt so'n blöd schießen rechts von uns rechts vorsicht nicht rausgehen, ich würde jetzt nicht rausgehen ja, ich weiß aber da haben wir ja nicht mehr so viel Wahl gesagt die Drohne noch einen down das ist jetzt mal ein Dingshof vielleicht trifft das was ist los jetzt? aber warte mal, wir haben ja noch oh ja, Team ausgelöscht geil hast du eine Maske? das wäre jetzt raus müssen nee links nehmen nein nein naja, dann noch einer aber einen habe ich noch mitgenommen vierter vierter zweiter, dritter, vierter ja gut ist doch super tolle Runde gemütliche Camperrunde naja, ok hätte die Tür noch bekommen oder hat er sich noch hoch geholt? ja ne, mein Gott, er kriegt na, nein alter, der 13 Kräste das können wir mal kurz angucken 2 gegen 2 2 gegen 2 also 2 Teams 3 gegen 1, oder? achso, ja aber der ist ja alleine der ist ja alleine richtig kriegt der einen Finisher natürlich gut raus man wie viele kills hatten wir jetzt? 13 8 8 8 hatte ich noch am Ende ja, den Mörder von dir konnte ich noch am Ende ja den hatte ich noch ja, den hatte ich noch ja, genau hinter dir war der also der war unten der wahrscheinlich ist da von oben runter gesprungen oder weiß ich nicht ist der doch oben da würden auch doof gewesen, der Hund 2 9 7 8